Wir müssen uns verteidigen. Sie können uns verhöhnen, ausplündern, misshandeln und wir tun nichts dagegen. Wir haben auf Gewalt und Krieg verzichtet. Sie werden von der Habgier gelenkt. Und uns führt Gott. Und Ali. Ich weiß, wie du das Schwert verabscheust. Aber nun müssen wir kämpfen. Im Namen Gottes, des Allmächtigen, des Allbarmherzigen. Und Ali. Untertitelung des ZDF, 2020